Mit seinem MLS-Team Inter Miami strebt David Beckham weiterhin nach dem Höchsten. Auch wenn er in der Anfangszeit des neu gegründeten Klubs eher kleine Brötchen backen musste. Ich weiß, dass unsere Fans in Miami große Stars sehen wollen, sagte der Miteigentümer der MLS-Franchise der spanischen Zeitung Mundo Deportivo. Mittlerweile hat Beckham schon einige internationale Größen für sein Team begeistern können. Doch das reicht im früheren England-Kapitän nicht. Wir haben bereits Spieler wie Gonzalo Iguain und Blaise Matuidi, die bereits Glanz und Glamour mitbringen. Aber in Zukunft wollen wir die Möglichkeit haben, große Namen zu holen. Die großen Namen, von denen Beckham spricht, sollen im besten Fall im obersten Regal zu finden sein. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo wurden schon erwähnt. Sie waren in den letzten 15 Jahren an der Spitze und waren die Besten. Wir wollen die besten Spieler anziehen und das sind die Spieler, die wir hierher bringen wollen. Im vergangenen Sommer musste Bayer Leverkusen Kai Havertz zum FC Chelsea ziehen lassen. Leverkusen konnte den torgefährlichen Spielmacher bedenkenlos ziehen lassen, weil man in den eigenen Reihen bereits seinen Nachfolger vermutete. Florian Wirz Für Sportvorstand Rudi Völler besteht dieses Mal nicht die Gefahr, dass man das nächste Juwel zielen lassen muss. Florian wird bleiben, da lassen wir auch nicht mit uns reden, sagte der 60-Jährige in der BILD am Sonntag. Vielen Dank. Vielen Dank.